Ich esse nicht den Rosaten, das ist doch nicht Ah, wir sind schlechter als die von Wackert, warum? Leider seit heute, aber ja Da kann man leider nicht so... Hat leider mein Blitzhaus auch nichts gebracht Also ich verteid die Ehren, ne? Und wir spielen immer so weiter Wobei... Willst du dann Burak, ne? Die spielen oft auf Pop, ne? Also Ehren und Pinks Ja, wenn ihr Zeit spielt, ist das ja egal Ich spiel nur auf, Pinken, Pop, Koran, alle Zeit Das ist es nicht Ehren hat Core Conqueror gewonnen, krass Ah, immerhin einfach Ah, wir haben verloren Ich geh zu Burak Uff Ich glaube, sie haben das Contest bekommen Oh, fack Der war open Der war open Ah, schade Aaron, Switch, glaube ich Lass mich cutten Ja, mach Ah, sorry, sorry Eher davon machen soll Ja Ah, dass sie mich mal drüber gehen sollen Ja Oder, ey, schade Wo ist... ich heiße Eduardo, der da, ne? Ja, ok Ja, ich muss... Hoch, hoch, hoch Nein Nein, hä? Nein, das ist... Für ihn ist es locker Aber... Es ist welches Ja, komm, ey, egal Nice Nice Dark Ok Ich hab links Ja, spielt einfach Heavisides Ey, ey, nicht pressen gegen Aaron Oh, Komplett Sides, Jungs Komplett Sides Ich dachte erst, du gehst noch mal rüber, deswegen Ja, aber Ja, passt Glaub, wir nicht pressen gegen Aaron Die macht die Unterkuh Unterkuh Genau, das, was wir nicht zulassen Das, was wir in 1. Possession noch passieren Nein, wir können auch 9-0 stehen, aber wir stehen 9-3 Also... Ja, komm Direkt 3-3er von der Freundschaft Ja Alle 3 white Ja, stimmt, das ist die beste Ausrede Ja, die waren nicht white Hä? Ich hab so'n Cut, Mac Ja Warte, warte, warte Ich geh nach links und dann gehst du, okay? Nee, nee, ich geh nach rechts, sorry Ich geh nach rechts Ich geh nach rechts Ja Okay, jetzt Nice Guck, nice Hast gesehen? Du hast natürlich einfach Ballen daneben direkt Ja, ich versuch's Ja, okay Ja, geht's wieder Ah, ja, ja Hey, nicht pressen gegen Aaron, vergiss's nicht Spiel doch Komplett Sides Ja 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 Ja, ja Ich schau's hoch Ja, ich schau's hoch Spiel, spiel Ich glaub, du kannst durchziehen Ja, natürlich Guter Take Ich schau's hoch Ich schau's hoch Ich schau's hoch Ich schau's hoch Boah, Digga, der Move ist aber schon fucking schnell Ja, ist der absolut schnell Jo, ich lag Ich hab absolut gelegged Alles gut, alles gut Ja Auch nicht diesen Ach ne, Burak Ja Ja Ey, komm mal her Komm her Ey, lauf's einfach beide weg, Digga Doch nö, Digga Strick, strick, strick Ah, das ist noch ein Contest, oder? Ey, Mann So ein Ziel, ne Egal Lass mal rappen, lass mal rappen Nein, lass doch was wir wollten Fake-Rap und Dings Bin Ja, mach das doch jetzt, wenn Christian war hat Ja Ja Gut Take Schön, schön, schön Uff, okay, lass gut Ah, die werden, die werden, die werden, die werden, die werden Ja, okay, GG Ey, okay, komplett, also heavy, richtig heavy Sides jetzt, ne? Einfach nur hoch Ich hab... Wenn er durchgeht, gehst du in meinen Vorner Ja Ah, bei dem kann ich nicht so viel helfen, Digga Der kann nicht halt... Ja, ja, genau Ja, ich lass den Ja, ne Danke, Mr. Tudor, wenn mehr geht dann Lass mal die Zeit bisschen spielen, das ist ja so ein Take-Over-Ding Ja Lass den Fake-Rap und Chris Cutter dann Ja Bei so 10 Ja, ja, genau Let's go Ah, fuck Ja Ich hätte Angst, was Ehre mit... Ey, du hattest mir den Stil, dass du nicht Oh, ja Ach, schade Oh, schön Komm, Ball Ja, ja, hab ich, hab ich Ja Okay, nice Ey, recht, komm Ah, ha, ha, ha Oh, boy We go Komm, nur vier Punkte Mhm Du hast links Ja Ja Ja, ich will ja mal neben mein Wort Ja, ja Ich komm, versuch ein bisschen, Digga, aber ich kann nicht so viel Ja, ihr müsst da Ohhhh Da muss ja rotieren, ich steh nur hoch Ja, ich dachte, er kriegt irgendwie die Stil Egal Komm Komm rüber Das ist ja wie ein Lockdown, Digga, von den Warnsteher kriegt Chris, ich hab auch nen Cut, ne Oh Gott, Digga Noch ein Einer, weiter, einer, weiter, weiter, weiter Nein Okay, nice, nice Hä? Ohhhh 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 Bitte nicht Ich bin wieder da, ich bin wieder da Oh Gott Oh Oh Du hast den Rägel bitte rausgelegt Ja, ich hab bei, ich hab bei 1 Dings gekriegt, Alter Das ist ja bei Bailout Endlupe gehen, ne Ja Oh, das ist so unlucky gewesen, ne Mach Handy auch wieder aus, mach alles aus Mach alles aus Ich hab alles aus, Digga, ich weiß auch schon wieder nicht, warum ich das länge, Alter Ja Ey, great, 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 great Auf mich Mach nen Platz drin Ah, steht drin Ja, ist krank Das ist so n Ding Fold, 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 fold Nein, nein, nein Haben wir Ich hab ihn links Ah, hast du noch, hast du noch, ich hab ihn rechts Rechts Ja Big blowball Oh, ja Nice Ja, mach ihn Ja, genau Genau Red ball, red ball Ja, ja, ja Ja, ich presse den nicht Oh, der Dreier, ey, da wärs jetzt nur ein Punkt, egal Egal, komm Schade Unlucky Ich hab rechts, ich hab rechts Ich hab rechts Ja, ist jetzt Ja, du Ich hab ihn wieder Schön weg, schön weg Boah, gute Rotation Bro, die so spüren mich so Das ist nochmal ein Fake, das war super Ja, ich wollt grad sagen, ich wollt grad sagen Ich wollt grad sagen Ey, Digga, Alter Hast du Schöner Wurf Schöner Wurf, schöner Wurf Warte, warte, warte Nein Egal 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 Ich hab links Egal Ich hab links Ich hab ihn Ich hab ihn Genni mir wieder, hast du Steh, 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 genau Schön, gut gemacht Ich hab links, ich hab links Ich hab links Ich hab links Geh mir nach hinten ein bisschen, ja. Oh ja, alles klar. Das meine ich, die ziehen da immer zusammen, weil... Ja! Let's go! Dark Raid, come on! Ey, ich hab HDMI, mein Fernseher ist absolut aus, Alter. Ich schwöre um meine... Ich bin wieder da. Ich bin wieder, ich bin da, ich bin da. Ja, ja, mach, mach, mach. Ich bin da wieder da. Was passiert hier? Mein... Dings. Guter Wurf, guter Wurf, guter Wurf. Oh, schade. Ja, Heavily. Ja! Ja, ich... Ich geh weg, ich geh weg. Warte. 2 Tricks. Ey, gib mir zur Noten Ellie am Ende. Ja. Glitch, glitch, glitch. Glitch am Ende, dann ist der sowas von open. Sehr gut. Du, du, du musst... Doch, trotzdem. Ein Glitch geht. Ich hab rechts. Ja. Oh, ich hab links, ich hab links. Einfach so, alles halts, alles halts. Ja. Ey, ich komm nicht durch. Ja, Digga, er drückt mich, er drückt mich hin. Ich komm nicht hoch. Aller 7 Punkte. Mhm. Lass rappen, lass rappen. Ey, gib mir mal einen Cut. Ich versuch's. Warte, warte, ich geh zur Mittel und dann kannst du machen. Jetzt. Ah, ne. Ne, ne, ne. X! Ah, nicht mehr. Oh. Oh, ich hab's auch so nicht gesehen auf meinem. Hast du. Ich auch nicht. Dachte auch der X. Ja. Fault mal, Fault. Oh, nice. Ey, Fault. Ey. Als Optiker. Egal, egal, egal. Alter. Lass mal, lass mal Alpha machen. Ja. 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 Ja, der kriegt alles geschenkt, jetzt wirklich. Ja, der kriegt alles geschenkt, jetzt wirklich. Ah, ok. Wieso, du... Zwei Steals, die sonst nicht kriegt. Ja, trotzdem. Ey, das ist schon... Schon gut. Das war... Klappi. Klappi, 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 Klappi. Ja, das ist so schnell. Oha. Oh Gott, warum? Warum bist du im Passport, Digga? Jetzt... Oh, wir haben kein Wort wieder. Pff. Ey, du zu Kado, geh du zu... Über die zu Kado. Ja, ja. Ich hab... 5 Sekunden. 5 Sekunden. Klappi, 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 Klappi. Ey, wie komm ich denn hinter ihn? Ich glitch auf einmal hinter ihn. Oh, oh. Ich weiß gleich aus, ja. Ey, ich... Ey, Unico, switch. Nein, halt, lass ihn noch, lass ihn ja, ja. Ich hab ihn hier. Ich hab Mitte. Klappi. Mann. Das sind halt die Allys. Das sind... Das sind halt gute Allys. Am Ende, weißt du... Ja, er kommt halt vorbei dann. Ja. Ja. Ne. Versuch, Rinside zu ziehen gegen... Ey, Unico, draw du. Lass picken wir noch mal. Gibt du einfach Unicon... Einen Alli? Guter. Guter Wurf. Ja. Das müssen wir doch ausnutzen. Ja. Ja. Das ist viel einfacher. Ne Ball. Ja, ja. Ich hab rechts, also ich hab Mitte, ich hab Mitte. Ja. Ja. Die gehen nicht auf Pop. Ah, gar nicht. Ich bin da, ich bin da. Nice. Warte, ich komm. Mech? Oder... Geh du rüber, geh rüber. Ich geh rüber. Ja. Und durch. Mann. Ne. Voll. Voll. Ah. Wenn wir nicht springen. Ah. Nein! Mann! Ich dachte ich krieg den Leut. Sorry. Warum reach nicht rein? Warum springst du? Hm? Warum reach nicht rein? Ja, ich glaub bei reach halt mal... Ja, da hast du, glaub ich, bessere Chancen, was zu kriegen, als... Okay. Weiß nicht. Vielleicht kriegst du auch noch ein Reach in vorm... vorm, äh... Shootingfall. Ich hab mir immer zum Skien. Attack. Boah, Digga, was ist das von... Ich bin da auf die Seite von Cardo. Ja. Ich hab links. Hast du also? Ja. Oh, Marble, Marble. Nächstes Mal hast du ihn... Ne, nächstes Mal, Switchen. 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 Ja, aber Aaron wird dich dann... In der Corner macht er nix. In der Corner macht er nix. Okay. Schön. Ja, schön, Chris. Komm, nur 10. Ich ball. Mann, ich ball, der läuft nix. Ich muss irgendwie durch Place oder so. Äh, haben wir einen Foul? Ja. Ich hab Mitte, ich hab Mitte, ich hab Mitte, ich hab Mitte. Ja, kein Fall. Ne, kein Fall. Ich hab ihn, ich hab ihn. Hä? Das war fastfähig, ja. Sorry. Äh, ich... Ja, vielleicht misst du einen oder was. Naja, wenn er so da in der Mitte sozusagen steht, dann geh ich einfach hoch und dann du... Ja, wir machen... Dann zieht er ja wieder rein. Wenn er dann wieder über deine Seite reinzieht, hast du ihn. Was machen wir? Ey, vier Sekunden. Guter Wurf. Nein, wieso krieg ich sowas? Wieso krieg ich sowas? Wieso krieg ich sowas? Das war guter Wurf weg. Ist da so offen gewesen schon. Ja, der war richtig open. Boah, ey. Ich weiß nicht. Er geht schon. Könnte schlechter sein. Ja, Defense ist halt echt hart. Ja, Stops, ja. Ja, in der Offense erstmal Fake-Rap, Fake... Woran? Also, Fake-Rap kennt Kardo halt auswendig. Nein, wir machen jetzt Alpha. Okay. Versuch's. Winz? Alpha, Winz. Oh, ey, so eine Anlage hier. Ja, perfekt. Das ist gut. Ebenso. 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 Aber jetzt ist trotzdem auch reingefallen. Digger, ich hab verstanden. Wir machen jetzt ISO. Was ist das? Ich dachte, wir machen jetzt ISO und Digger. Ich hab Alpha gewonnen. Ich hab Alpha gewonnen. Ich hab Alpha gewonnen. Ja, ich hab Alpha gewonnen. Schau gut aus. Ja, das ist der Juniko. Juhl, was hast du gesagt? Er hatte eben zum Beispiel einen Cut. Hatte ich eben. Also, ich weiß nicht, ob er jetzt wieder so hoch steht. Ich hab links oder links hier. Hast du noch? Wie kriegt der denn? Ok. Jetzt ist der Juniko. Sets die Junikon. Ich komm nicht raus, ich krieg keinen Contest. Nein, kein Bot. Ruhig. Nein, nicht ruhig, ne. Einfach durchziehen. Ja, nice. Ja, genau so müsst das machen. Immer werfen, immer werfen, immer werfen. Immer noch, nur sie. Erem wird jetzt kappen, warte, warte. Du, 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 guck auf mich. Ich hab ihn, ich hab ihn. Switch das? Ja, gut, egal, das passt, wer durchgeht. Wir müssen das irgendwie schlau auswitchen. Du wirst einfach runter. Ich hab mit dich, ich hab mit dich. Ich hab mit dich, ich hab mit dich. Ja, vergesst das Rügen. Die E-Mail. Dieser Behind-Beback ist so glitchy. Du wirst mal ganz normal rappen. Ja, okay. Hä? Soll so krass gehen, ja, ist okay. Aber spiel das wirklich an, der hilft wirklich nicht. Wenn, dann hab ich nur einen Cut, der hilft echt nicht. Ja. Lass nochmal rappen, dann kann ich zu ihm. Ja. Schade. Schade. Wir können Faker 2 einmal versuchen. Ja, ja, aber lass erstmal ganz normal rappen, und dann Unico cuttet, okay? Na, ich hab keinen Cut. Hab keinen, hab keinen. Doch, hast du, hast du, hast du. Ich kann nicht dribbeln, Digga. Ich hab keinen Cut, der steht genau davor. Komm ich in die Animation rein. Das soll so aus, dass er eher schläft. Aber gut. Nee, nee, ich will hier. Jetzt... Ich hab keinen Cut, aus. Das ist schwer verwirrt davor, zu kommen. Mach klar. Mach klar. Hast du. Hast du? Oh, scheiße. Mach ich nicht. Ich komm nicht weg, ich bin nicht weggekommen. Guter Wunsch. Nice! Vielleicht versuch mal, bitte. Versuch mal, vom Weg abzubringen. Ich hab bitte, ich hab bitte. Ach wo, was? Du bist nur richtig leise bei mir. Du dribbelst vom Wing, du fängst vom Wing an und läufst vom Wing an Auf springen, da musst du springen Ja, das meinen wir halt Du läufst jetzt, geh zum Wing, und dann dribbelst du von da aus los Warte, warte Das ist egal Auf, auf, auf Danke Das ist nur noch mal so zurückzukommen Ja Triple Glitch, doch Ich wollte gerade loslaufen Ja, trotzdem Ja, ist echt so Rechts Oh, ich komme nicht runter Oh, hoch, Juniko Hast du, hast du Eins werfen Gut Okay, ja, war gut, hast du nicht verwarfen War gut Ich bin komplett im L2, ne Ich bin komplett im L2 Ja, Badge, ist doch klar, dass er eins die kriegt Pass mir Steht nicht klar Ja, wollte ich eigentlich gerade machen, aber Komm her, komm her, komm her Du sagst doch selber Ja, aber doch nicht gegen den Locken mit Grand Badge, Alter Oh, nee Also, irgendwie müsst ihr euch entscheiden, was ihr machen wollt Andy Ja Ey Also, wir müssen ruhiger spielen So, jetzt schreiben wir Jungs, wir schreien uns jetzt wieder an, jetzt läuft's wieder nicht Das sind wir selber Das sind wir selber Wir verfallen wieder in den Scheiß-Situation Was bringt das denn? Das bringt nichts Wo schreien wir uns denn an? Ja, keine Ahnung Weil wir unsere Tage haben Ich hab rechts Ich hab rechts Ich hab links Da hast du ihn noch, du hast ihn noch, jetzt hast du ihn noch Du, du Du Du, 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 du Komm, auf 10 verkürzen Oh, auf Irgendwie Fake Rift 2 Fake Rift 2, ja, Fake Rift 2 Ja, Fake Rift 2 Pass auf jetzt noch Ich werde wieder ein Todes reachen No Ja, let's go Musste aber zum Midrange laufen Ja Oder Edo Hat er nicht hingekriegt Jetzt los Gib mir Achso Weg Weg Versuch mal Judo anstatt diesen Spin-Dinger zu machen Ne Ja Und dann einfach mit Passwerk raus, wenn es nicht geht Ah, geh doch Perfekt Oh mein Gott Perfekt Er ist short Das ist sowas natürlich Ja, kein Fall Die Idee Ja, ich steh halt wieder hoch, ne Also, wir müssen mich rotieren hin Naja, ich sitze extra hier unten, damit ich nicht Ja, das ist schon klar Ja, gut, die Defense, die Defense Ja, das soll er machen Hier zum Kader Ja Ja Werf ihn, werf ihn Ey, was ist das für ein Pass? Mech macht aber auch einen 3er Ja Mech spielt... Und warum spielst du nicht mir? Ich hab einen offenen 3er Ne, das war schon gut Ey, nein, Vince Nein, Vince Nein, Vince Nein, Vince Wir haben Paul Wir haben Paul Paul ihn jetzt einfach schon Paul ihn jetzt Clear Path Das war's komplett Ja, das war's Ja, egal Nein Ey Ey, ich steh doch vor Ey, aber ich steh doch vor ihm Was soll ich da machen, Digga? Was soll ich machen? Ist da alles entspannt? Denk einfach an die bunte Kuh Ja, Digga Aber sowas ist halt scheiße Ne, geht nicht Was ist die Wahrscheinlichkeit? Zurück, 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 hast du? Zwischen Ja, okay Ich komm nicht weg Ich bin halt im L2, ne? Ich weiß nicht, Digga Was ich eben gemeint hab, ne? Fang mal am Ring, also an der Corner ungefähr, also am Ring anzudribbeln und ziehen in der Mitte Das klappt doch immer viel besser, als wenn du aus der Mitte abhängst Super Ja, genau Da direkt durchlaufen haben Kriegst du Auch schon gepasst Wir kommen noch mal näher Einfach Zwölf, ne? Jetzt innen nach innen laufen Schönen 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 Nice Das Mitte Das Mitte mit weniger als 10 oder 15 Ich ermitte, ich ermitte, ich ermitte Ich ermitte Hast du das Viertel jetzt noch gewinnen? Hast du noch? Hast du noch? Nimm durch Ja, genau Nimm mir wieder, nimm mir wieder Nice, nice, nice Schön Durch, durch, durch Kreis Oh, ich wär durch Oh, Sack Und jetzt lauf wieder vom Ring, also von hier, wo ich jetzt stehe, los Warte, warte, warte Und dann zieh in der Mitte Genau, von hier Ja, genau Und von da aus ziehst du dann nur in der Mitte Ja, das Klappt echt immer Kannst mich hier, ah, eh, eh, ich stell mich bereit Stehe da, ich stimme Ja, oder jetzt von da musste ich immer von, genau von da Ungefähr Komm, auch wieder open Gute Hoff Ja, nice Schön, Mac Ich starke, komm Mach weiter Du Ich hab Mitte Ja, ich nehm links Ja, ich nehm links Hast du noch, hast du noch Ich hab ihn hier, ja, nimmst du ihn hier? Ja, ja, gut, gut, gut Ich bin da, ich bin da Gut, bleib drauf Ich hab links Awww Uff Das ist halt immer aus dem Korn Egal, 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 egal Er hat hier auch den open lane gehabt Ja, ja, egal Ja, ja, egal Ich denke, wir reachen viel zu viel Finde ich Ich hab mich gereached Ja, ich mein generell Söder Wurf Ist egal Ich hab mich, ich hab mich Rechts Du schützt dich? Einer muss droppen Nehm ihn wieder, nehm die Ich hab links oben Bitte Chris Das war's nicht Lass uns mal FakeF2 versuchen Aber da musstest du mit range Hast du ihn? Ja, kenn ich nix Jetzt Junge, die sind echt bei allen, ne Also ich muss echt richtig aufpassen Ich hab links Ich hab links eh 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 Fuck Ich dachte, du gehst erst noch hinterher Dann hab ich zu spät Egal Bin ich zu spät auf die Seite Ja, passiert Ja, passiert Und du wieder vorne aus nach hinten flossen Lol Big Dots Jawoll Ey komm, wir kriegen's unter 10 Ey, wir kriegen's unter 10 Flieg, 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 flieg Flieg, 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 flieg Flieg, 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 flieg Flieg, 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 flieg Flieg, 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 flieg Oh shoot Oh, der hatte und so was haben Ja, ich musste Ich dachte, der hatte und so was haben Ja, der hat auch mehr Jungs, ihr müsst versetzt stehen Das geht nicht, dass ihr auf einer Höhe spielt Hm Ihr müsst immer Ihr müsst immer Höhen wechseln Der kriegt noch einen Heavily, digga, woher denn Das geht schon Voll gut Ja, das ist richtig Steh, steh, steh Ja, wir stehen Stehen Ich hab rechts Achso Oh, sorry Das ist meine ich auch Nein, das war absolut meine ich Da kriegst du einfach Wir nicht Ja, weil Kado da raus springen Ja, wir müssen jumpen Was die auch schon Ja, aber wenn ich sage, ich hab rechts Dann hab ich rechts Ist doch gut, Jungs Ich hab mich eh verloren Ja, aber du musst ja Situation Annen Da los wollen, so Kapp mal, Mac Ja, übrigens, was war mein Fehler Ich weiß Das haben die gerade drauf geachtet Dass ich die falschen Call Ist ja egal, aber Nein, aber ich hab Digga Ey Big Reet Oh Nein, ja Ich hab meinen Alli Ich hab meinen Alli Ja Gerade stand Er... Wir schauen jetzt mal drauf, ja Ich glaub nicht, dass er nochmal so steht Mal gucken Ich glaub nicht, sondern mit Jetzt, jetzt, Alli, Alli, Alli Wait Ah, nee, komm Guck Schade Ich dachte, es geht, sorry Naja, stand gerade noch am Ende Ja Big Bait Was sie keine 70 machen Wir machen 50 eigentlich Jetzt versuch doch mal was anderes Jetzt versuch doch mal einfach rumzukommen Oder so Ja Ich hab schon Das ist ja... Naja, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Im Grunde ist es ja... Ich kann auch mal spielen Keine gute Defense aus dem Spiel Nee, du bist gar nicht 65 Schleiche Defense Ist es ja, Alter Mag dir auch keiner, dass er Google Oh Gott, Digga Stamina das grüßen Schöner Alli Hey, wo war Edoardo? Ist das ein Stamina gerade? Ich versuch jetzt nochmal rumzukommen Nee Ich spiel nochmal nen Horn Ja, komm ich... Das war's dann Ich wurde halt auch... Absolut noch ein bisschen gedragged Aber egal Von Pfeil Lass mal nen Fake-Rap machen und Chris cuttet dann durch Der ist jetzt schon durch Yeah Weißt du, ich komm zum Rap Oh you Ja ne, ich hab's noch gesehen, aber die in diesem... Kai-3er, Kai-3er Das war die noch Weiß das nicht Ja, die ist cool Jump da Da musst du jumpen Oh, Jun Die kommen hier aufsetzt Jetzt sind die das nochmal wieder scheiße Ich versteh's nicht Ja, und dann 3er, ich klitsch rum Ja, okay Ah, schade Digga Jungs Das muss jetzt nicht sein Ja, natürlich Ich mach da noch Ja